willkommen zurück reisende wenn ihr spaß habt und nichts mehr verpassen wollt gern abonnieren oder liken eben gerade haben wir als wir uns eingeloggt haben bei einem anderen spieler einen anomalie detektor bekommen was sehr gut ist damit können wir lebende fregaten betersuchen und finden und wir haben in der letzten folge dem ist naja ihr den bieten geschenkt anstatt in der simulation leben zu müssen jetzt sollen wir noch apollo berichten das werden wir jetzt erstmal machen jetzt eigentlich da ist die übertragung der holoterminus zeigt wieder verfügbar dein signal war ich dachte du wärst fort es ist es tut gut apollos stimme zu hören ich habe das gefühl schon lange nicht mehr mit ihm gesprochen zu haben ich versuche apollo meine erfahrung so gut wie möglich zu beschreiben das tor der seltsamen planet eine gewaltige maschine kam es sie rote kugel während ich spreche merke ich dass die erinnerungen selbst instabil sind und ich keinen klaren gedanken fassen kann alles ein dumpfes schmerzendes rot sage apollo dass ich glaube den atlas selbst gesehen zu haben du hast ihn gesehen du hast den atlas getroffen die gegt die korvax für ihn wären ihn als gott ich hätte nie gedacht dass er real ist das geht es dir gut ich kann mir gar nicht vorstellen was du mitgemacht hast sagen dass er kein gott ist jetzt erzähle apollo von den dingen die der atlas gesagt hat wie er von reisenden und wächtern gesprochen hat als werden wir protokolle und keine lebewesen was wir für ihn sind wie er mich angeschaut hat es fühlte sich so an als während leben und tod nur zerbrechliche träume und keine realen konzepte wenigstens hat er hier nichts getan und ich glaube mit dem was du gerade gesagt hast lässt sich etwas anfangen die korvax huldigen den wächtern weil sie glauben dass in diesem atlas dienen wir sollten weitere nachforschungen anstellen diese maschine wird uns im nest der wächter führen wir werden im handdrehen reich sein zustimmen sage apollo dass ich seiner meinung bin vielleicht besteht ein zusammenhang zwischen den wächtern und dem atlas vielleicht ist das der weg den wir einschlagen müssen aber es gilt auch andere faktoren zu berücksichtigen ich erzähle apollo von artemis grab und meiner begegnung mit dem mysteriösen reisenden 0 dem ist es tot fragezeichen ich ich weiß nicht wie wer würde ich weiß dass ich mich über ihn lustig gemacht habe aber das war einfach er hat sich sorgen gemacht er hat geglaubt und ich was mit ihm passiert war so artemis begraben ich möchte mich verabschieden wenn ich kann ich sage apollo dass null mehr von einer möglichkeit erzählt hat artemis zu retten anfangs ist apollo bei dem gedanken artemis zu treffen aufgeregt aber ich erkläre ihm dass ich es nicht hätte tun können es wäre kein leben gewesen sondern nur eine leere existenz innerhalb der simulation ich muss artemis ermöglichen tot frieden zu finden ist das richtige getan du hast es versucht was auch immer du gerade fühlst du sollst wissen dass du ein guter freund bist ich muss durch das portal gehen und zu dir kommen so viel ist sicher wir müssen nur die richtigen liefen folge richtige adresse für deine welt finden in einem monolithen suche daten nach mustern diese dinger sind maschinen und wir müssen nur ihren code verstehen und werden wir jetzt wohl das nächste portal suchen müssen wo uns diesmal einschickt was nicht kaputt hat einfach wieder gebremst monolith ungefähr standort wenn wir durch die wolken sind mal scannen vielleicht sehen wir ihn oh gott ist ja geiles wetter er könnte der mal rückwärtsgang einlegen monolith monolith wo bist du wird beim scannen auch nicht angezeigt das blöde ding also das näher ist ein stein oder das ist so ein wort ding suchen wir ja gar nicht steht das blöde ding muss ja natürlich auch gerade sturm sein wenn wir hier sind einmal müssen wir landen und wie weit das weg ist naja geht ja noch ist ja nicht allzu weit weg kriegt uns jetzt ja eh wieder im kreis aber ja klar da ist er bord noch eins und noch eins ein monolith der korvax ich sehe den stein des monolithen sein unveränderliches mattes silber und doch lauert etwas darunter es ist grau aber nicht grau und tief unter seiner oberfläche es ist ein blutroter schimmer zu erkennen so wo ist das portal ein bisschen weiter entfernt werden wir da jetzt erstmal hin jetzt müssen wir noch auf die nachtseite diese ganzen inselplaneten ne völlig für den arsch kann man nichts schönes hinbauen sieht nicht schön aus ah ich habe auch auf der falschen seite geparkt ich glaube hier war eben ein wissensstein ja da war ja nun wo völlig anders in der galaxie sind na hier uns erstmal auch ein phasus computer hinstellen dann haben wir hier nämlich auch ein portal schon fällt uns im norden und im süden der galaxie noch ein portal dann haben wir die ganze galaxie abgedeckt und in den neuen galaxien werden wir immer nur einen hinstellen an einem portal so wir haben uns ja auch eine kleine hütte hin nehmlichen eckigen raum gucken wie sieht das aus so vielleicht da geht nicht solange keine scheiß tür drin ist so also ich bin ganz auf dem boden mal so ein paar solarzellen hula so dann hat das ding auch strom wenn wir nicht da sind können wir hier mal mit Talien reisen wenn er die hier oben mal hinstellen würde hm ja partout nicht hinstellen ne hier oben müssen wir die nämlich auch nicht anschließen da die sich direkt mit dem Gebäude verbinden so so portal hin und gut ist immer die güte das da hinten hin zu stellen so weicherpunkt ganz wichtig so dahin jetzt nehmen wir das ding hier wieder mit so ist der raum haben wir uns wieder ein portal gesichert so nennen wir das ding am besten portal west ist ja so gesehen westlich in der galaxie so ist ja so gesehen westlich in der galaxie speichern und dann erstmal die aufgabe hier weitermachen ne ne das man nicht irgendwie alle auf einmal aufladen kann weil man braucht ja sowieso alle 16 aber so dauert das einfach nur also verbraucht nur zeit technologie aufgeladen technologie aufgeladen technologie aufgeladen haben wir das auch erledigt hallo der ist nicht voll was soll denn das das portal scheint mich an zu betteln als ich mich nähere und will meine aufmerksamkeit es braucht mich damit ich es aktiviere es braucht mich um weiter zu reisen ich bin mir nicht sicher ob ich darauf hören soll ja machen wir trotzdem so jetzt haben wir hier wenn falls einer das portal braucht so übermitte die portal prüfen beim hohle terminus ach ne wir sollten vielleicht ein kleines flugfeld daneben stellen sonst landet unsere karre wahrscheinlich im gebäude ungültige position ja ja haben wir denn geparkt hm erstmal speichern so haben wir geparkt aus irgendeinem grund wahrscheinlich eher nicht aber naja aber hier da steht wieder ungefährer standort ah super fliegen wir halt direkt da hin dann hat der planet natürlich weil wir so ein glück haben auch scheiß wetter landen 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 los landen echt jetzt landen will der auch nie keine ahnung was das soll so sektor sichern dann war das schwachsinn system umbenannt ja imperiales gebiet so muss das so aktivieren rollo anrufen hast du die glyphen für deine welt gefunden ich bin fast bereit mein anzug wurde verbessert mein bauch ist voll und ich habe einen gag angeheuert der sich in meiner abwesenheit um meine farm kümmert wir haben sie gefunden als ich apollo apollo ansehe fällt mir alles ein was ich im portal gesehen habe was mit demis geschehen ist als er den selben weg einschlug ich denke an den atlas daran wie mich nada davor gewarnt hatte zu diesen tunneln zurückzukehren ich weiß nicht ob die portale sicher sind wir geben ihm trotzdem die glyphen ich gebe apollo die glyphen und bitte ihn sie auf zu bewahren damit demis schicksal nicht in vergessen hat gerät er versichert mir das zu tun und verspricht dass wir uns bald wiedersehen bevor ich gehe rät er mir alles über diesen sogenannten null herauszufinden was ich kann er weist mich auch darauf hin vorsichtig zu sein ich mit null geht das hier auch am telefon oder so zwei verlorene seelen die eine machte sich zu viele sorgen die andere zu wenig ihr leben ist nicht zu dem geworden was es versprochen hatte oder jedes empfindungsfähige wesen hat irgendwann genauso empfunden ich auf jeden fall zumindest irgendwann einmal ich war wütend verwirrt aufgrund meiner eigenen einsamkeit stell dir vor wie überrascht ich war als du mich geweckt hast oh ich weiß dass du das nicht wolltest ich weiß dass du nur mit portalen herum gespielt hast aber egal was du getan hast jetzt bin ich hier und ich brauche deine hilfe der atlas ist nicht das wovor du ihn hältst irgendetwas passiert mit dem universum und nur mit deiner hilfe finde ich heraus was es ist akzeptieren mehr keine wahl nicht weit von hier gibt es ein observatorium ich werde dich zur absturzstelle eines frachters führen der für unsere untersuchung von großem interesse ist und dort dort werden wir das erste geheimnis finden da bin ich mir sicher du musst wissen dass der atlas weder unser freund noch unser feind ist so wie die luft oder der wind aber er hat angst und schmerzen und wir tragen verantwortung sein leid zu lindern koste es was es wolle soll das alles auf diesem planeten machen wo ist das wo ist das jetzt hat er die mission gewechselt was soll denn der scheiß 0 salvatorium wie weit ist noch weg 32 sekunden das schneller ist irgendwie habe ich das gefühl die karre wird immer langsamer und die ungefährer standort schon wieder nicht sein ernst landen ich will nicht landen wenn ich das ding von oben sehe sieben minuten entfernt oder und ein stück weiter liegt auch der frachter immerhin wo ist jetzt die blöde tür von dem teil da 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 fluss prognose war korrekt der terminal ist überraschenderweise offen und ich kann die protokolle lesen koordinaten extrahieren wir extrahieren die koordinaten für das notsignal ein abgestürztes stürfe erwartet mich auf einer anderen welt echt jetzt der frachter liegt doch da direkt rechts unten ernsthaft wir wollen einen doch verarschen jetzt trotzdem nachdem da auch hoch da meine fressen diese sprungstiefel die kotzen einander ja fliegt er in die richtung in die er möchte und nicht in die er soll gott ist das weit weg nicht mal gerade ist der planet berghoch bergunter berghoch bergunter so dass auch eine aber wussten vorne bei dem blöden ding ach scheiße wegschmeißen im müll ein schluss code ein blasen dunz wofür er ist also da ist eine kiste 200 kann aber nicht richtig sein also falsche fällt groß hier ist einer das haben die aber geändert dass jetzt hier so müll drin liegt sonst musste man die mal reparieren flüßlungsgut was soll ich denn mit dem scheiß was soll ich denn mit dem termin doch mal da rein und blödes ding nicht für irgendwas nutzen irgendwo sind die wir mit 38 da sind sie damit machen man braucht mehrere um vollen zugriff zu erlangen zugriff ja wo denn so haben sie irgendwie was verändert hier in dem ding da ja irgendwas entschuldigung ist frachter wrack aus den holo terminus also irgendwie man jetzt seine belohnung kriegen soll ne warte mal 300 ist auch schon wieder viel zu weit weg also da alles zu weit weg da nehmlicher sturm ist überhaupt nichts mal gucken ob wir dann irgendwas kriegen wenn wir die drei geöffnet haben wo ist die andere türen jetzt hier so geil kommen wir an den jetzt ran ah nicht oder was schädigtes bedienfeld scheinbar ist hier die kiste aber wo ist bei der kiste vorne da ich bin jetzt mal gespannt ja war da immer nur müller ne ja super mission geschafft überreste materialien aus dem fracht auch da bergen ja also machen wir jetzt damit wahrscheinlich bedarf es mehrer teile ja gut wir mit sechs notfallprotokoll eines frachters man kann es auch nicht verwenden mit e oder so dann ja behalten wir das erstmal würde ich sagen jetzt ich herausgefunden habe wofür das verwendet werden kann das hier können wir ja nicht nochmal ansprechen dann rufen wir jetzt unseren raumschiff und machen die koordinaten wurden ursprünglich vom gag spezialisten polo eingegeben machen wir erstmal die mission mit dem anderen frachter weil warum auch der hier nein wir müssen auf einen anderen planeten gucken was uns die mission dann bringt wenn ich gar nichts ohne ungefährer standort na da liegt der frachter immerhin nein wolken da wenn wir mit dem ding hier quatschen ah der riesenwurm ah da braucht man jetzt den entschlüsselungscode cool ah guck mal wir brauchen die echt für diese mission wie viele boah echt jetzt ja kommt das doch verarsche jetzt super immer jetzt noch ein ganz prima was eine scheiß mission gucken jetzt mal einfach in irgendeiniges ob hier auch wieder nur dieser ex code drin ist alter geht doch mal da lang struktur betreten ja ja komm leckt mich jetzt hier ah hier war was drin auf dem müll sag ich ja so was unsere auch schon wieder ein holo terminus ich stehe noch zehn stück rum welchen müssen wir das geht auch da rein verdammte scheiße ja echt nur müll werden wir jetzt das protokoll übermitteln weil das ja nicht per funk geht nein da müssen wir ja wieder so ein holo gerät hin boah und dann nimmt er mal das was am weitesten weg steht nur nicht das nehmen was direkt in der nähe ist immer das auf der anderen seite vom planeten also manchmal glaube ich das spiel will einen auch nur hinhalten ja da ist einer tolle Möhre dran vorbeigeflogen an dem hier waren wir 100 pro vorhin auch schon manche sachen sind super gemacht in dem spiel kannst du auch machen was du möchtest ist nicht cool aber die mission das ist das hinhaltetaktik also ganz im ernst die planeten bauen sich auf wenn du sie betrittst und rendern die gebäude wenn du dich denen näherst also kann also auch in der nähe machen also wo ist er denn da was hast du hier draußen gefunden erzähle mir alles ja frachtaufzeichnung glaubst du etwa ich wüsste nicht wenn diese corvax entität ist sei nicht so naiv reisender glaubst du irgendwas von dem was du gelesen hast würde mich überraschen ja gut das ist jetzt hier alles schon wieder nächste mission irgendwas falsch gelaufen ist ist auch eine geile an wort so nächste mission komm ran jetzt hier im wikin mit dem wikin kartografen sprechen suche auf der galaxie karte nach einem wikin system ok da stellt sich an die frage waren wir auf dieser raumstation für den teleport punkt das ist ja jetzt die frage mal kurz da landen nur um sicher zu gehen so und jetzt hat er die schon wieder nicht ausgewählt so gucken wir gleich mal wo hier ein wikin system ist liegen da hin und dann was kann ich das auf der raumstation so ja die kartografen sind ja auf der raumstation oben aussteigen einsteigen wikin system wo schickt er uns hin ist ja nicht so dass wir uns eins aussuchen können wenn wir jetzt schon ein neues system müssen werden wir kurz mal planeten von oberhalb scannen was dabei ist wir haben die zeit im hyper romf wesentlich verlängert vier planeten so was ist das für ein glücksplanet schädlich wind und aggressive wächter weil wir auch glück mit planeten haben das heißt nichts anderes als da gibt es auch scheiß wetter mutierter planeten haben wir auch glück mit planeten haben wir auch glück mit dem mutierter planeten haben wir auch glück mit dem austausch mit dem mutierter planeten haben wir auch glück mit dem mutierter planeten haben wir auch glück mit dem Soweit habe ich die Mission noch nie gemacht. Soweit ich weiß, müssen wir jetzt für den eine Aufgabe, dann für den Gegner eine Aufgabe und für den Deming-Corevox eine Aufgabe machen. Ah, Geschichte erforschen. Ja gut, wo müssen wir hin? Weil freiwillig sagt er uns hier ja nicht. So, wo müssen wir hin? Da unten, nicht dieser Planet. Ja, wir sind auch auf einer Raumstation und nicht auf einem Planeten, aber okay. Wir haben auch null Glück mit Schiffen. Das wird uns auch Rost glauben. Und dann nur maximal B. Die wir auf Raumstationen und sowas sehen. Oh Gott, stand da aggressive Wächter. Cool. Wir dürfen uns jetzt auch noch mit Wächtern prügeln. Bring ein Valken hatte Fakt auf seiner alten Ruine. Der Kartograf hat den ungefähren Standort. Ja, ungefähr. Er ist Kartograf und weiß nicht, wo es ist. Super Kartograf. Er hat ja mal seinen Beruf verfehlt. Jetzt kennen wir von oben einfach nach... Ruin. Ruin. Oh, da ist ein Gebäude. Was denn das? Das ist nur ein Speicherpunkt. Oh, da hinten ist was da. Kann das eine Ruine sein? Ja. Das sieht so aus. Gut, dürfen wir nicht zu nahe landen, sonst können wir da leider nicht buddeln. So, Strahlenstürme, eh. Und wieder dieser Riesenwurm. Was war das? Sehen gar nicht. Was zum... Alter, der ganze Planet behebt. Oh Gott, was liegt denn da? Ach, Gravitin. Och, Mann, Scheiße. Also, solange wir nicht buddeln, müssten wir uns eigentlich prinzipiell in Ruhe lassen. Oh Gott, hat das Teil keine Treppe? Ach, da. So, wie weit ist der? Da unten ist der. Wenn wir Glück haben, gehen wir jetzt nicht drauf. Ja, hä? Ja, hä? Hm. Hochbekommen. Äh, was ist denn? Ist nicht deren Ernst. Nur weil wir das jetzt bekommen haben, hängen uns direkt Stufe 3 Wächter am Arsch. Ach, wo ist die Raumstation? Ist nicht wahr. Da hinten. Oh, da hinten. Knapp dran vorbei. Wir nehmen die da. Ah, wir mussten nicht kämpfen. Wir waren schnell genug. So, jetzt geben wir das ab und dann wahrscheinlich müssen wir dann wieder zu einem Holo-Terminus und dann sagt er, ja, Baikin, mhm, geh mal zu den Gag. War gespannt. Wer war er? Nein. Oh. Mal gucken. Wir müssen ihm das Buch bringen. Er hätte das nicht selber holen können. Wenn er weiß, wo das liegt. Wir fragen mal nach Reisenden. Daumen hoch. War die richtige Frage, oder was? Oh, echt jetzt? Oh. Lila Backe rät schneller. So. Mission fertig? Ja. So. Zu welcher Mission schickt er uns denn jetzt? Das Schiff schon wieder. Muster in der Zeit. Mit einem Corvax-Kartografen sprechen. Ah, cool. Wir müssen nicht erst null berichten. Wir können direkt zu den Corvax. Ah, guck mal. Falsch zusammengebautes Raumschiff. Boah, cool. Der Antrieb ist geil. Aber vorne, das sieht aus wie abgehobt und falsch zusammengeklebt. Oh, ein S-Jäger. Das ist ja der erste, den wir sehen. So, wie der aussieht. Also, wir haben auch einen S-Jäger, aber... Der hat andere Triebwerke. Und hat nur zwei... Wie das aussieht. Zwei der vier freigeschaltet. Also... Dann ist hier oder ein Tier noch einer oder so. Unser Rad. Äh, warte mal. Unser Rad. Also ähnliche... Antriebe. Er hat seine Flügel nach unten zum Beispiel. Aber der ist... Ja, grün-rot. So, ne? Außerdem sieht das mehr aus wie ein Raketenwerfer oder sowas. Triebwerk. So, nicht da jetzt. Wie? Aber... So cool. Ist das erste S-Schiff, was wir so auf einer... Raumstation endlich mal gefunden haben. Ah, 48 und 30 Plätze kosten 100. 12 Millionen. Ach, steuer. So nicht schlecht, aber die Farbe, ich weiß nicht. Passt die zu uns? Grün-rot. Wir haben jetzt blau. Mal so vergleichen. Ah, ne. Unser Rad geht schon eigentlich. Ja. Gott, hilft doch nicht immer. Ein A-Entdecker. Also das Sternensystem ist ja dann doch gar nicht so behindert. Die landen schon mal bessere Schiffe als sonst. Okay, das mit dem Korvax und eventuell dann auch mit dem Gag. Das wissen wir ja so jetzt noch nicht. Aber ist gut möglich. Sind ja dann alle drei Alienrassen. Was seltsam ist, eine ganze Galaxie und es gibt nur drei Rassen. Werden wir dann in der nächsten Folge machen. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal für die Korvax wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.